mit 720 mm spannweite und etwas über 200 gramm schwer kann eigentlich nur geflogen werden in der halle oder bei wenig wind das ist doch Aber so fliegt die schon ganz gut. Ja, das ist angenehm zu filmen. So, dann wollen wir mal Lupien gucken. So rein. Oh, der kleine Akku, den ich da drinne habe, der ist schon leer. Hörst du das kippen? Nee. Ich hör's. So, dann machen wir eine sackige Landung. Oh mein, aber... Hast du das drauf? Ja. 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 Ja, das muss man mal hier zum Landeanpfleg einsetzen. Ja, ja. Ja.